so hallo freunde von naruto ja wir waren hier im letzten part gehen geblieben und wer möchte jetzt naruto da aufhalten das werden wir jetzt gleich sehen ach du scheißen dreck stopp falsch rückbruch rückbruch scheiße ich habe gerade einen extremen fehler gemacht nicht mehr selber nicht verkraften kann ich habe die video sequenz übersprungen gerade gegen den kampf vorbereitet vorbereitet sein blubblubblub ja uns vorbereiten ich weiß jetzt leider nicht gegen wen wir kämpfen aber ich rüst kurz mein inventar neu auf 1 2 tricks jetzt bräuchte ich schon wir nennen den gehälten wundsalbe können wir das eine haben und dann auf dem anderen lasse ich die trägheitsdinger bewegungszentrum ich weiß jetzt nicht gegen wen wir kämpfen leute weil ich jetzt die video sequenz übersprungen habe hier im buche steht aber wir sehen uns die video sequenz bin ach so die können wir auch uns nicht anschauen scheiße ich habe ein problem es tut mir leid leute ohrfalt mich bestraft mich gegen sei wenn ich mich nicht irre oder jammer tor wie gesagt leute jetzt gibt es den ersten kampf den ich von vornherein schon versammelt habe durch das fehlen der videos jetzt wenn es angriff 20 treffern von folgen und jetzt sehen wir mal den kampf mit der rutschung wir haben captain yamato don't get in my way please Wollen wir mal so sagen, mein Blatt ist nicht so gleich. Ich hab den Zusatz herausgekommen. Ob ich dann gleich abgedreht bin? Ja, habe ich. Ich hab den Schirken. Ich hab den Schirken. Hmph, du bist auch ziemlich schwer. Ich würde nicht, wenn du einfach rauskriegst. Ich würde nicht, wenn du einfach rauskriegst! So, Damatio hat er schon gesagt, dass er heute noch ein bisschen mehr aufhört hat. Sie ist mir raus, ich bin dran! Man kann auch sein Ding, ich bin dran. Hashi's orders are known. This is getting rather unpleasant. I'm just gonna go talk to Danzo. Why won't you let me? Because you can't just talk. Captain Yamato, your wood style sure is tough. A pile of damage. I can't even throw that out. Oh no. I'm gonna go talk to Danzo. Oh no. I'm just going to do that. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Wie gesagt, das ist ein Jammat, das ist ein Wettbewerb gleich. Aber wir müssen nicht vorstellen, wie gesagt. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Meine Freunde, ich darf euch das Asensur, das ich vorstelle. Mein neues Jutsu bringt sogar das größte Wettbewerb. Fragen wir mal Yawotl, er kennt sich ja gerade damit aus. Au, was hat Wettbewerb getan? Glaube ich, werden wir sehen. Das kommt davon, weil man versucht, mich aufzuhalten, mein Freund. Oh, und wir hätten es auch fast geschafft, ohne Grizzonte zu verlieren. Aber ich glaube, Yamato wird hier weiter seine Kreise ziehen. Ein bisschen. Und ich glaube, er ist K.O. Ui, schaut doch mal, wie er runterfliegt, wie ein Blättchen im Wind. Und auch ein sauberes Knockout, muss ich sagen. Sorry about that, Captain Yamato. I'm gonna go talk to Donzo. Ich hätte müssen trotzdem ein Blatt sagen verheißen. Das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb, das bedeutet, das ist ein Wettbewerb. Und wir bekommen das Erkampf Teil 1, und wir haben das Neishi mit unserem Abflug. Jetzt haben wir Neishi freigeschalten, der mit dem Biakugan. Vielleicht kriege ich noch die Animation mit Yamato, vielleicht ein bisschen hingefixt, vielleicht auch nicht. Dafür müsste ich, glaube ich, dann schnell verschwinden. Sobald wir irgendwo sind, wo ich mal in Ruhe kurz pausieren kann, kurz nachschauen kann, was habe ich denn verpasst? Ich weiß, es ist peinlich. Ich schäme mich, dass ich einfach eine Sequenz überspringen kann. Also Yamato wollte ihn aufhalten. Was haben wir denn noch? Kein Vorgesetzter stellt sich auf den Weg, wenn er weiß, dass der Gegner wegfiegt. Ja, aber Kapitän Yamato, du... Would you look at that? I was afraid this would happen. Ka-Kakashi-sensei! Tja, Kakashi hatte schon wieder die Finger im Spiel. Do something about him, would you? He won't listen to a word I say. I knew you wouldn't back down when it came to Sasuke, but... Honestly... If I don't do something, Sasuke's gonna be killed. I can't just... That may be true, but Danzo isn't even in the leaf anymore. He's gone to the Land of Iron for the Five-Kage-Summit. The world is no longer able to let the Akatsuki run unchecked. Those who've acquired the power of the tailed beasts are able to threaten the larger nations. For that reason, the five Kage from each village are gathering to discuss how to deal with the Akatsuki. The trigger was an incident in the hidden cloud. You mean, the village Kiba was just talking about? Right. I did some checking around on my own. It seems that Sasuke attacked the clouds' Jinchuriki. The Der Raikage ist einer der größten, einer der ersten aus der Pfingstwerke. Raikage, Gold Kage, Hizukage, Kasekage, Hizukage. So, Sasuke really did go over to the Akatsuki? Mahato, under these circumstances, there isn't much you can do. In that case, I'm gonna go see the Raikage, and I'm gonna convince him to forgive Sasuke! Why do you have to call the Raikage? Well, that's what I'm gonna say. The first time I'm going to kill you, I'm going to kill you. Wait a minute, do you even know what you're saying? With the Five Kage Summon about to begin, every village is expected to curtail unnecessary missions. The fourth Hokage told me that some guy in a mask is the one pulling the Akatsuki's strings. When I fought Pain and the Ninetales power ran wild, the fourth Hokage appeared to me in my mind. That's when he told me the guy with the mask is behind this. He was behind the Ninetales mess 16 years ago, too. He was so strong, even the fourth struggled against him. I've heard that Naruto had become the Ninetales in that last fight. I wondered how he'd managed to suppress it. The fourth Hokage... The fourth Hokage... The fourth Hokage... Minato-sensei had a hand in it. He saved Naruto. The guy is controlling the Akatsuki. He's controlling Sasuke, too. He's just using him. So I'm gonna go see the Raikage... And tell him, what's really going on! Das war's. Ich bin schon. Ich bin schon. Ich bin schon. Kakashi. Sag was. Los. Auf geht's. Sat, Sat. Ich hab dir eine Folge noch zu machen. Kakashi. Yamato. 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 Kakashi. Hörer. Mach super Hörer. Master Jurya once told me about the possibility of someone having been behind that incident 16 years ago. Ich kann es gar nicht glauben. Aber der vierte Hokage hat ihn wirklich verletzt. Ich weiß, dass wir gekämpft haben. Wir waren dabei. Kakashi, du solltest dieses Let's Play unbedingt verfolgen. Deshalb haben diese paar Tage eineinhalb Stunden gedauert. Also. Wir scheissen da, aber wer sich einen Tag an, hart angemacht und mit einem Lockerbautern werden. Aber bei dem hier ein Stück 30 Minuten, das ich schon hatte, kann man warten, aber vor allem für den ersten Tag. Aber ich wollte ja nicht schreien. Daran bin ich ja wieder das misfortunat. All the nine tails and hatred for the leaf, the only one who would have both is Madara Uchiha. Madara Uchiha. When it comes to Madara, I can believe just about anything, even that he was still alive. We need to set personal feelings aside and inform Danzo of this, even if he's gone to the summit. I'll take care of it, I'll send word immediately. I'll take care of it. Kakashi-sensei, I... Naruto, what else did the 4th Hokage say to you? I'll take care of it. Fathers tend to have a lot they want to tell their sons. Er weiß es. He told me... He believed in me. Good. Naruto, you go to the Raikage. What? Yamato and I will tag along, as your escorts. What? Why exactly? Naruto, continue on the path that the 4th believed in. I'll help you do that. Give the Raikage your best shot. What? What if... Villain beat the Raikage? What? It sounds like a new fan. Maybe you won't give it to the police... Yes, that's right? What do you have? You should have to make it simple. Like I'm saying... Let's say something... What? I have just said, nothing to be the one. They should go... ZZZ machen. Yes, Sir! Guck mal, weil drei Stunden folgen wird. Wenn das so weiter geht, wird das tatsächlich bald eine. Und ich habe nicht so viel auf Festplattenspeicher. Obwohl Sherlock Holmes z.B. und Assassin's Creed brauchen mehr Speicher. Also Sherlock Holmes verbraucht die meisten Speicher zum Aufnehmen. Aber Assassin's Creed braucht gut zu viel. Und Naruto, ich habe eineinhalb Stunden diesen einen Part aufgenommen. Und wirklich kann Festplattenspeicher verbrauchen. Ich bin freudig. Oh, nicht der... Ist heute Propst und die Welt in diesem Let's Play drinnen. Ich wünsche, sie würde schnell zurückkommen. Ich wünsche, sie würde schnell zurückkommen. Im Minirock rennt man hier auch nicht rum, ohne Blitz. Nun darf ich gar nicht sicher halten. Ich weiß nicht noch, Karin. Ich muss tatsächlich aber nur aufgeben. Jungslar? Du kannst auch immer aufpassen. Tja ist, Karin. 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 Wenn sie fertig sind mit Bauerwählen sind. Ich schaue es. Ich denke, es wäre nicht zu seinem Vorteil, dass wir uns hier verlassen können. Aber noch nicht, man sieht einen Mann so wunderschön. Vielleicht sollten wir nicht mit ihm so schnell gehen, huh Sasuke? Sasuke Uchiha. Na, da haben wir den Unheil des Unheils. Jetzt plantet er auf die Mama. So, jetzt wird es mir zu viel. Ich habe hier diese Folge noch zwei Leute des Beweich mit Mardara. Unsere Suche einigen wir uns auf den nächsten Tag. Aber ich möchte jetzt auch mal eine Folge noch schreiben.